Liebe Freunde, ich bin endlich wieder zurück. Ich hab ja gesagt, ich werde mich ein bisschen ausschlafen und jetzt haben wir es 3.36 Uhr in der Früh und ich bin immer noch hellwach. Hab zwar ein bisschen gut geschlafen und sowas alles, aber jetzt kann ich wieder ein bisschen aufnehmen, mal gucken, ob das diesmal wirklich funktioniert, weil wir in einem anderen Video haben ja gesehen. Alles klar, ich bin ja desynchro gewesen und das hat wahrscheinlich was mit der Bilderrate zu tun, weil ich da ja ein bisschen zu viel des Guten eingestellt habe. Deshalb die desynchro. Moment mal, was war denn das gewesen? Aha, mal gucken, das habe ich dann jetzt erstmal ein bisschen geändert und jetzt verhofft ich natürlich, dass das hier ein bisschen so funktioniert. Und, äh, ja, ne, dann wird sich zeigen, ob das dann am Ende desynchro weg ist, dann, äh, wird sich dann, keine Ahnung. Wenn nicht, habe ich, dann weiß ich nicht, dann mache ich irgendwas falsch. Keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, das wird jetzt ja mal herausfestellen. Und, ja, ansonsten nichts weiter zu tun hier. Außer, dass ich immer noch viel wahrhaft nach, äh, Gegnern suche, wie für Command & Conquer, Generäle, die Stunde Null. Wenn sich da irgendjemand finden sollte, der möchte sich bitte bei mir melden, weil ich bin heiß auf neue Herausforderungen und so was alles. Aber irgendwie hat keiner irgendwie wirklich Interesse. Weil ich lieber Herausforderungen wirklich, aber man kann, wenn sich's in Grenzen hält. Und, ja, ansonsten, ja, spielen wir einfach mal weiter jetzt hier mit Metroid Zero Mission. Äh, ich komme mir gerade irgendwie nicht weiter, äh, ist so, nein, verdammt, okay, ganz langsam, ne? Mann, zu spät, mit deiner Spielerate hier. Und nochmal, jetzt, ja, genau, und jetzt, zügig. Nein, Mann, du, ich, ach, egal. Alles klar, merken wir uns, hören wir uns später. Wenn wir irgendwas haben, weiter im Boot oder so was. Äh. Hallo? Kann ich schon sagen. Mal ein Lack hier. So. Ich habe keine Ahnung, wo es als nächstes trainiert. Äh, okay. Nach oben springen, nach oben springen, bis der Sten jetzt nicht mehr kommt. Hallo? Ey. Oh, meine Güte, kommt schon. Ey, tu mir das jetzt nicht an. Na, hopp, genau. Geht doch, ordentlich leicht so. So. Wo müssen wir denn überhaupt, als erstes? Wo müssen wir denn, wo hat er uns hingeschickt? Ey, wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Ah! Ich weiß, wohin wir müssen. Wir müssen nach Norfair. Diese hässliche Stattatur wollte uns nach Norfair schicken. Ja, Marco. Ja, hallo. Oh nein, es fing schon wieder an. Mann, die Tastatur. Die spinnt nur rum. Tut und lasst, was die will. Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Naja, ansonsten. Äh, ja. Ich habe ja schon erzählt, wie ich jetzt wieder auf Metroid gekommen bin. Aber irgendwie habe ich das kleine Miese gefühlt, als würde ich das garantiert bereuen, dass ich dieses Spiel angefangen habe. Weil... Naja, keine Ahnung. Naja, mal schauen. Lass uns überraschen. Mh. Bombe legen. Ui. Alles klar. Mann, hier kommen überall viel zu viele Gegner. Ich krieg... Ja. Okay. Springen. Und hier lang jetzt. So, was ist die Phase? Okay. Oh, ich muss immer nach unten erstmal Zierat anstecken. Mh. 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 Scheiße. Mh. Scheiße, wenn ich an ihn so ne Kacki, Mann. Sag mal, wo bin ich das eigentlich? Äh, noch für wenig. Alles klar. Warte, wo wir dann sind schicken? Hier ist doch ja nicht, wo hat er denn uns hin geschickt? Versteht nicht. Wann das jetzt gewesen? Mh. Eja. Oh, die Mugelskön muss ich sagen. Mir fällt mir. Außer die Gegner, das gefällt mir rum wieder nicht. Komm, ich jetzt hier um die Hoch. Ne, scheiße. Den Balljump, äh, kann ich nicht, den Ballsprung? Äh. Funktioniert nicht. Hab ich zwar schon mal probiert. Aber irgendwie, Mann, ey, da die verfegte Tastatur hier. Ey, krieg die Panne hier. Ja, okay, nach oben. Da können wir anscheinend nicht nach. Äh? Sind wir nicht gerade von da gekommen? Criteria. Aha. Die Mugel gefällt mir nicht. Ah, okay, verstehe. Wo sie, ey, wo wir denn lang? Aha. Ist ja sehr interessant. Wohin, wo wir denn lang? Wohin, wo wir ihn lang geht. Nein. Ist doch nicht in ernst. Oh, was ein Tier. Oh, was ein Tier? Oh, kaputt machen, Renn um mein Leben, Alter. Renn aber ja schon in den Ecken, wie lang. Interessant, weiter, weiter, weiter. Was ist da hier? Oh. Interessant. Mittlerweile schon 20 Raketen. Aber, ja. Halt bei euch dagegen einzuwenden. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Nein, komm, sag mir, dass das nicht wahr ist. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ey, hallo? Oh, was macht der für ein Schaden, Alter? Ey, Mann, ohne Witz, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Äh! Was ist denn hier los? Kaputt. Boah, wie viel Schaden der macht. Ey, wo... Ey, wo komme ich denn... Ey, Mann, ich will hier raus. Hm, soll ich hören kurz? Na ja, ist okay. So, ich will aber jetzt hier raus. Was? Wie komme ich denn... Ja, ne, ist klar. Wenn ihr ruhig feuern könnt, so. Bitte ohne Fassafall, wenn es geht, ja? Nein, komm. Och, Mann! Ja, gut. Auch vergessen, alles klar. Gut, hier lang. Hier lang. Jo. Wieder eine Bombe legen. Wow. So, nach oben. Immer weiter nach oben. Ich weiß zwar nicht, wo ich gerade hin hier, aber, na, gut. Ja, ja. Ruinen der Shosu. Ey, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Spiel? Das ist mal ohne Witz, ja, rumkomm ich nicht vorbei, anscheinend. Das ist klar. Und es ist eine Rakete. Kriegt ihr irgendwie kaputt? Oh, hier. Was ist denn jetzt los? Ja, natürlich. Kriegt die Scheiß wirklich nicht kaputt? Mit Rakete oder so? Oh, Entschuldigung. Nee. Was ist denn da? Unbekanntes Objekt. Aha. Okay. Analyse ergebnislos. Mhm. Objekt mit aktuellem Anzug inkompatibel. Wat? Wat? Muss ich jetzt ein Update machen, oder wat? Aha, okay. Inkompatibel. Jawohl. Wom blinken die jetzt? Soviel zum Thema Analyse ergebnislos. Inkompatibel. Dafür kriegt die Dinger jetzt aber wegmachen. Mhm. Wissen auch nicht, was sie hier herstellen. Diese komischen Programmierer. So, toll. Wir zeigen... Ne, würdest du ja gestern mitmachen? Ohne Witz jetzt mal, weil ich kann nicht damit machen. Okay. Meine Güte, ey. Ey, das funktioniert doch. Der Ballsprung funktioniert. Ohne Witz. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Nicht runter, hoch, halt gesagt, Mann. Ey, Mann, Samus, so werden wir keine Freunde. Echt, ey. Ja, genau. Als hätte ich's die Ahnung. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Ach so. Okay. Weiter hier, nach oben. Irgendwie hier. Powergrip? Der Grabelbeam, oder was? So eine Billigform. So, was ist das jetzt? Erlaub das Festhalten und Hängen an. Vorsprung und Kanten. Da ist was zu... Äh. Ey, man kann's ehrlich, das ist... Ja, natürlich. Als wenn man von irgendwann an nicht gewusst hat, wie man sich festhält. Nihil, was wir mal programmieren. Ey. Wann, das ist jetzt hier los? Komm, ich komm, ich komm, ich hier auf einmal vorbei. Sag mal. es ist ein komisches Spiel und ehrlich als Möbel ist mir nicht geheuer aber weiter lang hier und wir die Mann mit Kansteine verschieben wie geil ich bin ja so weiter 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 hier hat es mir hätte alles klar ja er wird unter ihr unter Ruhr Barthes Traumschiff verstehe ist gemerkt weiss ich die Kinder kommen wenn eine Minute so weiter forschen weiter forschen weiter forschen und die ich hier die Lange ja sehr schön wo bin ich jetzt bling 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 immer wo muss die die erste Lerne festhalten was spielt denn hier überhaupt hatten übelten fetten Laser am rechten Abend kann Raketen schießen dreifacher und früßig die Seite oben auch mit Überschlag Powerbomben Kacken hier und was alles aber kann ich nicht mehr werden simpel an irgendeiner Kante festhalten ja muss man erst mal lernen immer erstmal hier lang äh man wo Raketen bräuchten wir bräuchten nicht gut ja ist klar ey man ist einfach ohne Witz was hier Raketen cool darum ist ein Geheimnis ach das ist die Rakete gewesen wo ich nicht reinkommen bin Moment mal ach ich verstehe alles klar das muss im Laufe des Spiels noch kommen das Zeichen was wir da nicht sehen konnten also was hier inkompatibel dies das und sowas alles ähm das war das Zeichen von dem von dem Gravity Suite Metroid 3 gewesen also Super Metroid weil so sei nämlich das Item aus als wir es in Wrecked Schippet äh ergarten konnten und diese Zeichen ist halt inkompatibel jetzt kann man uns nämlich hier festhalten sehr schön interessant so für das eine zum anderen werden und nee kann mal gucken was das hier noch so jetzt war ganz hittisch das 1 hier was äh inkompatibel ist zurück 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 ist die irgendwas aber speichern hier so ihr speichert alles klar wie na hopp und zügig naja sprechen erfolgreich und zügig Sweet so bin ich hier ok nach oben nach oben immer nach oben das wird besser was man machen kann was war denn bitte ach egal so weiter weiter nach oben weiter nach oben man was zum hier spuckt ein falschen Bälle hier darum ist nach darum ist nach die kommende dahin da sehr gerne bei Sprung Schülpung die Böcke der Hammer so hier ist ein bisschen was mal springt noch nicht hoch Musik denn ich habe keine Ahnung wo ich Land muss machen ohne Witz beschissenes Spiel was mir gerade hier und ein gut ja ja Waren damit Mädchen das sind hier schon wieder das hier Sprengen Sprengen und Elbeck Jahr er liegt diese festheitlich hätte er und er so aufgeschmissen wird und ich habe nur 33 Energiepunkte Eisbien dieser BIM fiktiert Gegner durch einfrieren auf eingefrorenen Huberth kannst du stehen alles klar wie das gerufen kommt war aber und wie ist es auch ein bisschen zu viel über viele Aufladestationen und was alle hier kann man schon weiter okay mal gucken Waren wo am liebsten wie sie schnell sich schießen kann na gut ich bescheid abnehmen und nach oben mit hier ist Speicherpunkt Ja, gut, okay. Dann will ich dir erstmal wieder hochladen und äh, ich will gleich mal wiedersehen. Ansonsten, ja, sag ich einfach mal, SIA!